Musik Einen guten Tag vom Platz der Deutschen Einheit. Ich habe nicht etwa mein Büro jetzt nach draußen verlegt in diesem schönen Spätsommer, sondern wollte Sie an dieses gelbe Sofa erinnern. Kommt es Ihnen bekannt vor? Vor fast genau drei Jahren haben wir mit und auf diesem Sofa den größten Prozess der Bürgerbeteiligung begonnen, den diese Stadt je erlebt hat. Denk deine Stadt. Wir haben gemeinsam darüber nachgedacht, wie sich diese Stadt verändern soll im Sinne einer Verbesserung, einer Verbesserung der Lebensqualität für alle Menschen in den nächsten Jahren. Und daraus ist ein großes, ja ein großartiges Konzept entstanden, was wir Ihnen jetzt als Entwurf vorliegen. Denk deine Stadt. Daraus ist ein integriertes Stadtentwicklungskonzept geworden für Braunschweig 2030. Ein Kompass für Politik, ein Kompass für gesellschaftliche Gruppierungen, wie sich diese Stadt in den nächsten Jahren verändern und entwickeln soll. Wie wir die Ressourcen, die wir haben, die personellen und die finanziellen einsetzen wollen, um die Ziele zu erreichen. Ein Konzept ist kein Sammelsurium. Sie haben viele Ideen zusammengetragen, die wichtig sind, die zum großen Teil hier aufgehoben sind. Aber nicht alle Wünsche konnten natürlich eins zu eins berücksichtigt werden. Sie mussten in den letzten drei Jahren miteinander diskutiert und priorisiert werden und in ein richtiges Handlungskonzept integriert werden. Das war eine schwierige Aufgabe und nun ist es fertig. Und ich freue mich und bin ein bisschen darauf stolz, dass uns das gemeinsam gelungen ist. Ein dickes Buch, was jetzt nicht in den Bücherschränken verschwindet, sondern jetzt beginnt die Arbeit erst. In den nächsten Wochen wird in allen Stadtbezirksräten dieses Konzept diskutiert werden, was eine wichtige Handlungsgrundlage ist, etwa für Flächennutzungspläne, für alle Anträge, die wir stellen, auf Fördermöglichkeiten und insgesamt für die Politik dieser Stadt. Dieses Konzept geht durch alle städtischen Gremien und soll hoffentlich am Ende des Jahres zum Rat der Stadt in großer Mehrheit beschlossen werden und dient dann als Arbeitsgrundlage in den nächsten Jahren. Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben. Bleiben Sie dabei. Sind Sie kritische, konstruktive Begleiter dieses Konzepts der integrierten Stadtentwicklungsplanung Braunschweig 2030? Vielen Dank, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie mitgemacht haben, dass Sie mitgemacht haben,